Guten Tag und herzlich Willkommen. Dieses Video heißt Nernstgleichung. Das Video gehört zur Reihe Oxidation und Reduktion. An Vorkenntnissen solltest du grundlegendes Wissen zu diesem Thema mitbringen. Die Begriffe Normalpotential, Standardbedingungen, Halbzelle, Elektrode und elektromotorische Kraft sind dir wohl vertraut. Ziel des Videos ist es, dir die Nernstgleichung als wichtiges Hilfsmittel für die Berechnung von Elektrodenpotentialen zu erklären. Der Film ist dreigeteilt. 1. Normalpotentiale 2. Einfluss von Konzentration und Temperatur auf das Elektrodenpotential 3. Beispiele 1. Normalpotentiale Könnt ihr euch an eine derartige Anordnung erinnern? Richtig, es ist eine elektrochemische Zelle. Eine solche Zelle besteht aus zwei Halbzellen. Die Halbzellen besitzen Elektroden. In die Lösung taucht links ein Zinkstab, rechts ein Kupferstab ein. Die Lösungen enthalten Ionen des entsprechenden Metalls. Links Zinkionen, rechts Kupferstab. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause.